Ja, Ruben. Ich vermisse ihn wirklich. Ja, der arme. Der Sturm ist er einfach. Ist mit mir in den Kampf gezogen und starb für die Sache. Ja, ein Märzführer für die Sache, Elegard und Ruben. Das sind unsere Leute, die sind für die Sache am Kampf gefallen. Die müssen wir in Ehren halten. Ist wohl nix gewohnt. So, nicht jeder kann ein Held sein. Nicht jeder hat das Zeug dazu. Warum ist er vorsichtig? Ja, er versucht es nichts Tolles. Man kann den anderen auch mal ihren Erfolg, ihren Ruhm gönnen. Ich meine, wir haben Abenteuer erlebt. Wir sind nicht gerade ohne Grund bekannt geworden. Wir haben hier ein großes Abenteuer gemacht. Was taucht denn der hier auf einmal auf? Sag uns, wozu das gut ist hier. Was könnte ich denn machen? Dann verraten sie mich mal. Die Eversource. Die Eversource. Die Eversource. Die was? Kannst du das mal genau erklären? Ah, okay. Ah, an der Start? Ja, ja, ich verstehe, ja, ewige Quälen, alter Erbauer, Macht, ihr macht irgendwelche Zaubereien, jetzt ist alles irgendwie ein bisschen verwirrend, ja, da haben wir noch was vor, ja, du kommst mit, wir haben dich immer mitgenommen, auf geht's, ja, okay, ja, okay, halt das Zimmer, so schaut's aus, ist das ne neue Sache oder ist das der alte Dings, wo wir schon mal waren, ah, das ist der alte Sache, verschlossene Treppe, ja, und wir haben die Batsch geöffnet, ob die sich wieder öffnen lässt, ich weiß es nicht, vielleicht betätigen wir mal einen Hebel, versuchen das Rätsel erneut zu lösen, irgendwie, nix passiert, das ist auf jeden Fall schön, ja, ich bin nicht, ob er da wieder runterkommt, ah, okay, das ist vielleicht ein bisschen durchgedreht, oder, das ist ein bisschen verrückt geworden, oder, ich weiß auch nicht, ob ich da jemals wieder runter will, also, ich mein, da ist die Treppe völlig zau, und prügelt wohl nicht Lava, und Spinnen, und Monster, und, ah, ich weiß nicht, hm, wie lösen was dreht sie jetzt, die Lava-Sing-Dinger sind alle aktiviert, hm, Petra, hast du eine Idee, ich glaube, das hat sie schon mal gesagt, das müssen wir jetzt noch nicht nochmal wiederholen, das hilft uns auch nicht viel weiter, hm, hm, irgendjemand, irgendeine Idee, wie wir das Ganze jetzt hier wieder öffnen können, scheinbar wollen wir da wirklich nochmal runter, das ist zwar eine saublöde Idee, aber wir müssen wohl, hm, irgendwas was wir noch machen können, Ranken, okay, ein Dickenloch, ist das, das Rätsel ist bering, hm, hm, klettern, an Ranken können wir hinauf, Aber wir wollen doch nicht hoch, wir wollen runter Oh, oben gibt's auch noch einen Raum, eine Sache, eine Geschichte Ach so, wir können laufen, können wir auch schon erkunden, die Sache Und da schreit doch irgendwas von unten, warum kommst du denn nicht mit hoch, Albo Ich hab hier was gefunden, da kommst doch mal hoch, hm, eine Druckplatte, betreten, da öffnet sich doch was, oh, ich sehe ziemlich viel, ein Portal Wofür ist hin das Portal, das ist die Frage Okay, Flint sind es die, Feuerstein, das magische Feuerstein mal benutzen vielleicht und Portalrahmen anzünden, und so, wow, da ist das Portal aktiviert, ah, oh, das ist keine gute Sache Und das die das jetzt in der Hand haben, gib es zurück ein Es ist unseres, gibst du es uns freiwillig zurück, oder müssen wir es dir abnehmen Hier, Ihne chegende Tage folk redet, auf geht's Wie holt uns das zurück Es muss sein, im Kampf Es muss sein, im Kampf Oh, wei Ich wolltest es nicht, bis dahin kommen lassen aber Aber so soll es wohl sein, müssen wir sie besiegen, um das Stück wiederzubekommen. Oh nein, verschillt einfach durchs Portal. Na komm, hinterher! Wir müssen Aiden aufhalten. Auf gehts. Hinterher! Zack, dahinter! Wutsch! Oh, ha, 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 ha! Wir sind irgendwo oben und dann gehts weit, weit, weit runter. Ein Uhr warten. Jetzt ja nicht fallen lassen. Ok, sicher dass wir hier richtig sind. Ähm, irgendeine Spur von den Neuts? Das wäre nicht so gut. Aber wo sind wir? Und was machen wir hier? Hm. Eine Plattform über den Wolken. Das ist unsere Stadt oder was? Ne, nicht unsere Stadt, das ist eine andere Stadt. Hm. Eine große Stadt. Und da ist die ewige Quelle. Die Evasance. Oder was? Ähm, wir müssen uns da hinbauen. Ja, in meinem Kopf kann man sich nicht mehr hinbauen. Das ist eine Option. Okay. Hm, hm. Wir haben genug Material. Wir bauen einfach die Insel ab und bauen es dort rüber. Ja, wir haben noch die Erde. Und in meinem Kopf kann man ja Blöcke in die Luft platzieren. Das ist ja nicht so schwer. Wir sollten bloß nicht am Ende runterfahren. Ich schubsen jetzt nicht den letzten Polak ab. Ich bin ein bisschen blöde. Hä, was macht denn der da hinten? Da hat jemand irgendwas gebaut. Eivor hat mal ein bisschen Lava platziert. Lava hat ein bisschen Eivor platziert. Stimmt was nicht mit euch? Ungenehmigtes, was, ungenehmigtes, ähm, bitte was, bauen ist verboten, äh, was, das ist einfach bescheuert, Entschuldigung, aber so ist das, das ist ziemlich kacke, bauen verboten, äh, was sind denn das für blöderlinge, äh, 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 they went to the end, I'm sorry, but that's all I know, wait, 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 come back, I'm still busy, sorry, and he's gone, und wo sind wir denn genau, sind denn was für einer, irren Stadt, ein Gesetz, das es verbietet zu bauen, oh man, Na, das ist ja vielleicht mal eine Stadt, ähm, ist das aus Gold, äh, hier sind Blöcke und Gold, ähm, ja, Ja, die Queller, könnte hier zu finden sein, Puh, wie sollten wir uns auffällig halten, das ist richtig, Irgendwie, irgendwie, wieder gefangen, gehalten werden, oder so, das ist nicht so gut, Hallo, 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 das ist bestimmt sehr unauffällig, oh man, hallo, der ist so ein Spass, okay hier kann man sich was kräften nur einmal am tag oder so und da kauft man sich natürlich was zu essen oder so was ist denn was was läuft denn bitte hier falsch was wie bekloppt das gasthaus die person diese regel aufgestellt hat kuchen abgeben an den einen ich glaube das gibt a ärger mit den wachen und b gibt es ärger mit den anderen leuten die in der schlange stehen es gibt eine wilde schlägerei und weil alle jungen haben und sich um den kuchen prügeln und die wachen ja die werden uns sehr schnell ins hintergitter stecken in ofen ist aber sehr gut eingerahmt terminplan vielen ofen ich habe den ofen hinter dem gitter und das ist eine gute frage was zu was läuft denn bei dem schief oh man das ist ja ein irres völkchen was für ein dorf alles verboten von der gründerin was ist was was ist denn hier los das ist während die städte von den blödesten leuten von den verrücktesten menschen hier regiert und angeführt ist doch warum man hier immer warum muss man denn hier immer die bekloppten an der macht lassen im spiel kann das sein dass sie im netten jahren gut das war alle garz die war schon ein bisschen die war schon irgendwie in ordnung aber es ist auch irgendwie nicht richtig hingekriegt mit der regierung der stadt kommen da nicht mal den kompetenten einsetzen der seit irgendwie schon versteht und erfahrung hat und weiß was er tut ach mensch leute ist ja auch nicht einfach mit euch reden mit der wache worum geht es was gibt es hier die fritte und ewigen quenner da haben wir doch einen hinweis bekommen die ewige quenner und er beobachtet hier die dame beim kraften beim bauen nicht beim kraften sie dürfen nur bestimmte sachen bauen oder was warum darf nicht jeder bauen das war eine frage ich würde ja sagen dass sehr verrückt ist dass nicht jeder was bauen darf ich bin jetzt mal so ein bisschen psychologisch gehen hier der sehsorge der psychologe ist nicht gleich sehsorge so ein bisschen was da los macht ihr denn so in ihrer freizeit wunschlisten für rohstoffe wenn man nicht hat dann muss man sich wünschen ein wundervoll Ort zum leben hier ist alles in bester ordnung wir finden uns auf keinen fall unterdrückt schicke uniform und dann die reginen reginald na dann viel spaß denn noch reginald kann ich nochmal mit dem reden ah ok kann ich nicht kann ich ihm nur guten tag sagen dann gehts weiter ok sonst noch was was wir hier finden können der lukas der Dorfbewohner hier ist einfach abgehauen der war wohl ziemlich schickhaft ja die war neben ihren job ziemlich genau vielleicht ein bisschen zu genauer das ist vielleicht nicht gerade das beste so Milo können wir direkt mal mit dem reden was ist denn hier passiert was war es denn gerade was habe ich doch gesehen was stock was ok ich traue meine Augen nicht richtig was da lese so ähm ok alle die in Ordnung ok ja die sind hier sehr unnötig die Bewohner jetzt verteile ich da sich ach Mensch ich suche die Noornroute bei allem die suche ich die Wegequelle aber ich glaube ich weiß wo die Wegequelle ist Oh Mann wie viele seid ihr eigentlich wohl auch in der Ohren Du kannst mir vertrauen, wir werden die schon nicht verpfeifen. In der Ohren des Schweines kann man helfen. Oh, die sind wahrscheinlich schon vorgekannt und wissen schon, wo sie hin müssen. Das könnte wirklich so sein. Nein, die sind schon drin. Ah, verdammt, schnell hin. Wir müssen schneller da sein. Schleimblöcke? Okay. Äh, was läuft? Die Gründerin, ach. Die Madame ist dran, schuld hier. Ah, oh nein. Hat sich mit dem Typen verbunden. Ich hab die Lohne Routen gefunden. Oh, das ist gar nicht gut. Die labern mit der Gründerin. Das hat doch nichts Gutes zu bedeuten. Ich hab die Lohne Routen gefunden. Ich hab die Lohne Routen gefunden. Ja, das ist doch irgendwas. Ja, da läuft doch was schief. Die haben uns verfiffen. Ähm, nö. Das war gerade gut. Ich freu das nicht. Das stimmt nicht. Der Sack, der verpälft uns jetzt hier auch namentlich. Alter, komm, wenn ich mal da hoch renne und einfach mal frontal ihm mal das Diamantschwert zwischen die Rippen ran. Das ist doch... Was ist denn das für ein Sackgesicht? Das ist vor allem... Pah! Rennt der hier zur Gründerin und verpfeift einfach. Helft er uns einfach. Äh... Au, das war jetzt sehr schnell reagiert. Natürlich, wir hätten einfach ratten können müssen. Können wir uns so... Au, Kacke. Das war eine schlechte Entscheidung, aber... Ja, wir müssen aufkommen. Au, das war schlecht. Huh! Guckt er mir, wenn es reagieren. Und wir werden uns jetzt nicht festnehmen lassen. Nix da. Auweil. Der ist doch bestimmt auf unserer Seite, der wird uns helfen, oder? Ja. Hilft uns. Der ist mit uns. Gasthaus. So, Unterschlupf, wer ist das erste Mal was? Sackers, in der Tat. Oh. Ähm... Ähm... Okay, ein Geheimweg. Aha. Der Bauclub. Der Fightclub. Wir müssten... Der Fightclub. Wir müssten schwören, dass wir nix dazu sagen. Regie Nummer 1, niemand redet über den Fightclub. Den Film hab ich auch noch nie gesehen. Ja, ich hab noch einiges nachzuholen, an den Filmen. Ich kenn nur mal so diese prägnantesten Zitate und die wichtigsten Bilder davon. Niemand berätet über den Bauclub. Ja. Ja. Verdammt. Da läuft hier wirklich was richtig dolle Schief in dieser Stadt. Möte dürfen hier nicht bauen und deshalb müssen sie sich unten in einem... ...Bauclub treffen, um extra... ...Krimine hier irgendwas zu bauen. Der Schwarzmarkt sozusagen. Worin bestand ich das Verbrechen? Verschwendung von Rohstoffen. Da erfahren wir ein bisschen was mehr. Das kenn ich. Das ist... Verschwendung von Rohstoffen. Haben wir in echten Welt auch irgendwie... Irgendwie wisserweise... ...ist das nix Neues. Ja, werdet ihr uns helfen? Das ist die Frage... Das ist die Frage... ...die hier zählt. Ja, werdet ihr uns helfen? Einfach Songs. Wir brauchen eure Hilfe, Leute. Okay, die erscheinen nicht so freundlich. Nicht so aufgestoßen wie der liebe Wirt. Sie sind diejenigen, die diesen hervorragenden Brücken in die Stadt gebaut haben. Was? Milo! Milo! Are you kidding me? The most wanted criminal in the whole city? Die meistgesuchten Verbrecher in der Stadt. Ja, gut. Ja, das stimmt aber wohl auch. Sie beraten sich kurz. Und stimmen hoffentlich da für uns zu helfen. Oder? Ah, wir sollen beweisen, dass wir große Bauer sind. Na dann, ich baue dich in Grund und Boden. Dann bauen wir mal ein bisschen was. Das kriegen wir doch wohl hin. Dann machen wir unsere Aufnahmeprüfung. Das klingt doch spannend. Kommen wir das hin. Boah, ich weiß, dass das schon ein bisschen wertvoll ist, das Zeug. Er sind blöcke. Ich weiß nicht, ob das die beste Idee ist, aber... Oh, ein Golem haben wir gehaftet. Oh, weil... Das war auch nicht gerade die beste Idee. Es ist völlig raumlos. Es ist einfach nur ein Golem. Er sagt nicht, er hat man nie einen Golem gezüchtet. An den Golem hier. Gehaftet. Suchen erfahren seid ihr. Ja, so bravendig war das jetzt nicht. Das war ein Golem. Aber gut. Werdet ihr uns jetzt helfen? Wir haben was zu tun. Wir haben eine Mission. Wir müssen was machen. Da brauchen wir jede Unterstützung. Wir müssen uns jetzt noch ein Gefeind nahe tun. Oh Mann, wir kommen da nicht mehr raus. Ähm... Äh, okay. Jetzt haben wir irgendwas versprochen, aber... Ja gut, ähm... Auf jeden. Noch ein Dauer, und dann gucken wir weiter. Mhm, mhm, mhm. Das klingt doch nach einem Plan. Da entwickelt sich langsam ein Plan. Die perfekte Stelle, um einzubrechen. Ähm... Ne, wir werden vielleicht nichts bauen, wir klettern hoch. Bauen ist vielleicht ein bisschen auffällig. Weil hier ja niemand baut. Und wir die Einzigen sind, die sich da hochbauen. Hm. So, eine Leiter. Ist nicht allzu auffällig. Jetzt würden wir hier... So ein Erwurt-Dingens bauen würden. Eine Leiter. Wenn wir uns mit Erde hochbauen würden. Rezeptor. Okay, das Haar. Oh, das Kraften war hier. Zack. Und zack. Und zack, die zack. Zack, die duster wurde hier eine Leiter erstellt. Oh, was ist das nicht? Ihr habt noch nie eine Leiter gekraftet. Was seid denn ihr für Leute? Ihr Armen. Oh, Mann. Was? Wie auch immer. Es wird Zeit, diesen Part zu beenden. Dämmchen Raum sollte euch gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid. Habt noch einen angenehmen, fürstlichen Tag. Mittag oder Abend. Auch morgen. Ja. Haut rein. Man sieht sich. Ciao, ciao.